Darts hat am Ende keine Limits. Darts ist ein Lebensgefühl. Darts ist natürlich auch verrückt, das wissen wir alle nur zu gut. Wir selber kennen auch keine Limits und wir haben uns auch versucht und haben die verrücktesten Möglichkeiten uns ausgesucht und ausgecheckt, um ein Dart in ein Board zu werfen. Das muss ja nicht immer dieser direkte Weg von 2,37 Meter sein. Warum nicht über 40, 50 Meter mal so einen Dartpfeil werfen? Warum nicht das Board da hinten auf einem anderen Dach aufbauen? So mit den Darts ist natürlich alles möglich, das ist klar. Aber 50 Gramm, das sind kleine Bomben. Also hochgehen, zurückgehen und dann mit voller Kraft fahren wir uns. Das sind Pfeile von der Hand gehabt. Natürlich hat das nicht geklappt mit diesem Wurf da auf das Dartboard, aber wahrscheinlich habt ihr eine viel bessere Idee. Und nehmt es auf, macht ein Video draus und schickt es uns über WhatsApp.